Aus tiefer, dunkler, schwarzer Nacht bricht ein neuer Tag an und die Menschen werden wach. Was wird heute passieren? Seht selbst. Das Leben ist so langweilig ohne mein Auto. Hey Buddy, wo ist mein Auto? Die Polizei hat's gefunden. Ich kann dich kurz hinbringen. Kann ich jetzt? Juhu, ja, geil, super. Danke, Bro. Mach's gut, ne? Sehr gut. Ich kann's kaum abwarten. Nur noch den Tank auffüllen und dann los. Die paar Kanister sollten dennoch für den ganzen Tag reichen. Und jetzt wird gerast. Der Meck freppt. Der Meck repariert und nimmt jetzt den Texaco-Tank-Sattel auf. Aber die Fahrerin weiß ja nicht, dass Johnny Evil die Bremsen manipuliert hat. Die Fahrerin weiß ja nicht, dass ich nicht. Und jetzt... Schwerer Tanker hat sich in Bewegung gewetzt. Wir können sie nicht, ich kann nicht kommen! Oh nein, ein schwerer Unfall. Ich rufe sofort die Polizei. Oh oh. Hahaha, das hat hier klappt. Hallo, hallo, sprich ich da mit der Polizei? Ja, genau richtig. An der großen Kreuzung hier an der Truckwerkstatt ist ein unglaublich schlimmer Unfall passiert. Zwischen der... Hören Sie mich? Ja, die Verbindung war so schlecht. Entschuldigung, hier an der großen Kreuzung ist ein schlimmer Unfall passiert. Kommen Sie bitte mit allen möglichen Einsätzen. Hallo, sprichst du jetzt faul? Qualm tritt aus. Ich hoffe nicht, dass es in Flammen aufgeht. Roger, Roger. Gut, wir kommen sofort rüber und melden den Unfall in alle Einheiten. Wir sagen auch der Feuerwehr und THW Bescheid. Hallo, spreche ich hier mit THW? Ja, THW meldet sich zur Stelle. Gut. Also, hier gab es einen Unfall in der großen Kreuzung bei der Traktorenwerkstatt. Wir brauchen dringend alle Fahrzeuge, die möglich sind. Okay, ich habe verstanden. Wir rücken schon raus. Und? Und? D'reet-